Wer war das größte Arschloch in deiner Karriere? Boah, lass mich mal überlegen, ja. Es gibt zwei Spieler, einer neben dem Platz, wo ich eine Geschichte habe. Und dann gibt es einen Spieler auf dem Platz, der sehr eklig war. Aber dann hat sich herausgestellt, dass er für cool ist am Ende. Aber als ich damals bei Hertha bei den Profis mittrainiert habe, da war damals noch Mike Franz bei den Profis gewesen, bei Hertha, okay. Und er war ein Spieler gewesen. Er hat die jüngeren Spieler, oder wenn du einmal irgendwas falsch gemacht hast, er hat die jungen Spieler misshandelt. Er hat dich auf dem ganzen Platz so rund gemacht beim Training. Und ich hasse so einen Spieler wie gepesst. Weil ein junger Spieler, und meine Zeit damals war auch noch ein bisschen anders. Meine Zeit damals war ein bisschen anders. Jetzt heutzutage ist es so, jeder 17-Jährige, jeder 16-Jährige trainiert bei den Profis mit. Aber bei mir damals war das so gewesen. Oder ich habe bei den Profis mittrainiert und ich war so aufgeregt gewesen. Ich meine, du hast dein ganzes Leben lang trainiert und versucht und gemacht. Und bei mir wisst ihr auch noch, meine Familie, ich bin der Halb-Libanese, meine ganze Familie, mein Vater hat so, sage ich jetzt mal, auf mich gebaut und wollten unbedingt, dass ich Profi werde. Denkst dir, Alter, ey, wenn du jetzt bei den Profis mittrainierst, das ist deine Chance. Das ist deine Chance. Du musst abliefern. Weil wenn du jetzt nicht ablieferst, du bist am Arsch. Das ist deine Chance. Deine Chance, Profi zu werden. Wenn du jetzt schlecht trainierst oder schlecht machst oder schlecht generell dich beweist, dann kann es ganz schnell vorbei sein. Dann wirst du keine Chance mehr bekommen. Und so bin ich auch ins Training gegangen. Ich habe leider immer sehr, sehr Angst gehabt. Ich war immer sehr, sehr aufgeregt. Und diese Aufgeregtheit hat mich immer sehr, wie soll ich sagen, ich habe immer richtig Respekt gehabt. Meiner Meinung nach habe ich sogar bei den Profis gut trainiert, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wenn ich da mal einen Fehler gemacht habe, dann war da ein Spieler wie Mike Franz und der hat mich über den ganzen Platz gejagt. Er hat so geschrien und einen so angeschrien. Und ich dachte mir, du verdammter kleiner Bibsohn, was bist du für ein Wichser, ey. Was bist du für ein verdammter Wichser, wenn ein junger Spieler hochkommt zu den Profis. Digga, der ist aufgeregt, ja. Der hat vielleicht noch keine Männererfahrung. Bau den doch mal auf, anstatt den irgendwie so runterzumachen. Wisst ihr, was ich meine? Also wie kannst du denn so ein Arschloch sein? Ich würde niemals so ein Spieler sein. Niemals. Wenn ich jetzt Profi wäre und ein junger Spieler kommt durch, dann würde ich den versuchen aufzubauen. Dann würde ich den versuchen, unter meine Fertische zu nehmen. Damit er ein gutes Gefühl hat, damit er nicht so aufgeregt ist. Damit er so ein bisschen auch diese Lockerheit hat. Wisst ihr, weil es gibt Spieler, ihr müsst wissen, es gibt Spieler, die kommen damit klar. Junge Spieler, die kommen mit diesem Druck klar. Aber es gibt auch Spieler, die gehen zu den Profis und die sind so wie ich. Die sind schüchtern, die schämen sich. Die, ja, haben auch ein bisschen so gewissen, zu viel Respekt. Ich sage euch, ich sage euch, versteht es jetzt nicht falsch, okay? Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich sage euch, wenn ich damals Millionär gewesen wäre, wenn meine Eltern wohlhabend gewesen wären, okay? Ich habe noch nicht zu Ende geredet. Bleibt ruhig. Ich habe die Aktion auf dem Platz beleidigt, dass da jemanden anschreit. Das habe ich beleidigt, ja. Aber ihn als Mensch, ich bin jetzt mit ihm gut. Ich bin sogar danach noch mit ihm essen gegangen. Nicht nach dem Training, aber irgendwann haben wir uns dann kennengelernt und dann hat sich herausgestellt, dass er auch ein guter Typ ist. Ein cooler Typ. Auf jeden Fall, ich sage euch, wenn ich damals wohlhabend gewesen wäre oder meine Eltern und du dann bei den Profis mittrainierst, dann ist es nicht so mäßig, oh, Alter, ey, wenn du jetzt nicht gut trainierst, wenn du jetzt nicht beweist, dann kann alles vorbei sein. Weil ich war in der Schule immer mittelmäßig gewesen, jetzt nicht so eine Aussicht gehabt auf, ja, so das große Geld oder eine gute Aussicht auf eine gute Arbeit oder einen guten Job oder sowas. Weißt du, was ich meine? Und das ist dann komplett anders, wenn du dann bei den Profis mittrainierst. Sagen wir mal sogar noch, wenn deine Eltern irgendwie, meine Eltern waren jeden Tag, also wie auch viele andere Eltern, ganz normal arbeiten, die haben keine Zeit für mich gehabt. Wir haben so ganz normal mittelmäßig bis ein bisschen weniger verdient und dann ist es halt so, dass die halt die Familie und die Eltern sozusagen auch so hoffen auf dich. Weil wenn du es schaffst, du kannst ja deine Eltern komplett ablösen. Wenn du mit 18, 19 einen Profi-Vertrag unterschreibst und sagen wir mal dann den Anschluss-Vertrag unterschreibst, dann kannst du deine Eltern auch so irgendwie aus diesem Dreck rausholen. So, weißt du, was ich meine? Dass sie nicht mehr so hart arbeiten gehen müssen, neun Stunden am Tag für einen Lohn von 1,8 oder 1,9 Netto. Weißt du, was ich meine? Und deshalb habe ich dann damals dort mittrainiert. Und dann gab es halt Spieler, die eklig waren und die dich dann angeschrien haben und keine Ahnung was und so. Und so eine Spieler habe ich gehasst. Und dann gab es noch einen Spieler. Und es ist mir auch scheißegal, dass ich es jetzt sage, sogar wenn es ihn erreichen wird, interessiert mich nicht. Damals war ich, ich habe ja einen Adidas-Vertrag gehabt und wir waren bei, Adidas hat sozusagen Adidas-Camp organisiert und da sind alle Spieler aus Deutschland gekommen. Alle, die einen Adidas-Vertrag haben, Jugendspieler, sind nach Herzogenaurach, das ist so die Basic, also die, ja doch, sagt man so das Zuhause, die Basic von Adidas. Und da haben die so ein, wie gesagt, so ein Camp organisiert, wo die ganzen Spieler gekommen sind, wer war da alles dabei? Modahut, Max Meier, Sinan Kohl, Serge Gnabry. Serge Gnabry, da war ich 13 Jahre alt, da habe ich die alle kennengelernt. Und dann gab es einen Spieler, der hieß Dittgen. Sagt euch das was? Max Dittgen. Ich weiß nicht, der spielt jetzt glaube ich 3. Liga oder sowas. Dieser Typ hat so Fitner gemacht zwischen Max Meier und mir, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der hat so Fitner gemacht und meinte so, ja, Bilal hat das und das über dich gesagt und so, ich kann mich ganz genau dran erinnern. Ich kann mich ganz genau dran erinnern. So richtig schlechter Mensch gewesen, ja. Richtiger Peach gewesen. Der Typ war ein richtiger Peach damals gewesen. So richtiger, richtiger, richtige linke Barzelle. So ein richtiger Köpick. Wie war ich selber? Boah, wie war ich selber? Das ist eine gute Frage, ja. Ich war ein Leader gewesen, also ich war immer jemand, der auch Verantwortung übernommen hat. Aber ich war halt leider auch immer, das wurde mir auch zum Verhängnis. Ich war ein Spieler gewesen, der leider sich nichts sagen lassen hat. Wenn ein Trainer mir was gesagt hat und ich war anderer Meinung, dann habe ich das kundgegeben. Dann habe ich das auch gesagt. Und ich glaube, manchmal ist es besser, wenn man einfach seine Schnauze hält und einfach, ja, einfach auch wirklich hört, zum Training geht, du machst dein Ding, ja, du spielst und gehst dann wieder nach Hause. Ich war wirklich stark gewesen, ich war wirklich ein guter Spieler gewesen damals, sage ich jetzt mal. So, ich hatte, also jeder hatte enormen Respekt vor mir, also wirklich enormen Respekt, weil ich bin auch immer so eins gegen zwei, eins gegen drei gegangen. Aber wie gesagt, ich war halt leider ein bisschen, ja, frech zu den Trainern. Jetzt, heutzutage, sehe ich Spieler bei den Profis, die sind gekommen, die haben trainiert, die haben ihr Ding gemacht, die haben nichts Außergewöhnliches gemacht, nichts Außergewöhnliches. Die sind gekommen, die haben trainiert, die haben ihr Ding gemacht, äh, sind ruhig geblieben, sind nach Hause gegangen, sind am nächsten Tag wieder zum Training gekommen, haben wieder ihr Ding gemacht, und so welche wurden einfach Profi, weil die einfach, äh, Arbeiter gewesen sind, ne, einfach Spieler gewesen sind, die ihre Schnauze gehalten haben, die haben ihr Ding gemacht und that's it. Wisst ihr, was ich für ein Spieler war? Wir mussten damals in der U17 oder in der U19, in der U17 oder U19, haben wir vor der, vor der Saison, bevor es losging, äh, los, äh, haben wir, jeder Spieler hat einen, äh, Zettel bekommen, da mussten wir draufschreiben, äh, Lieblingsposition, Lieblingsverein, jeder Spieler schreibt bei Ziel oder bei, ähm, Wunsch, Profi werden. Was schreibe ich? Ich schwöre, ich schreibe einfach auf meinen Zettel Ballon d'Or gewinnen. Mit 17, 18 Jahren schreibe ich wie ein Behinderter drauf, Ballon d'Or gewinnen. Was passiert? Dieser Zettel kommt zu dem Profi-Trainer, ich schwöre. Ich kann mich ganz genau dran erinnern, zu, äh, zu Jos Luukai. Ja, habe ich geschrieben, Ballon d'Or gewinnen. Mmh, nice. Dachten die sich direkt, Digga, wer ist dieser 16, 17-Jährige, der da, äh, äh, schreibt, er will Ballon d'Or gewinnen. So, wisst ihr, was ich meine? So ein Spieler war ich. Ich habe immer damit Probleme gehabt, weil ich immer so derjenige war, der in den Jugendmannschaften immer so ein bisschen rausgestochen hat. Und das kam mir gar nicht gut. Das kam mir gar nicht gut, wirklich. Weil immer die Aufmerksamkeit auf mich war und ich mochte das gar nicht. Die Eltern und die Trainer und der Verein, die wollten immer, die haben immer von mir verlangt. Ich meine, ich glaube, wenn es jemanden gibt, der das bereut, was er getan hat und, äh, ähm, was passiert ist, dann bin ich das. Ich meine, mehr bereuen und mehr sich schlecht fühlen, als ich, glaube ich, kann man sich gar nicht. Ich meine, ich glaube, dieses, dieses Kapitel oder diesen Lebensabschnitt habe ich von mir abgelegt. Diesen Lebensabschnitt habe ich von mir abgelegt. Das will ich auch gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr jemand, der da zurückblickt. Ich blicke gut da zurück. Ich denke mir, ey, es ist passiert, ja, ich habe daraus gelernt und es ist wichtig, dass es passiert ist für mein Leben. Das ist wichtig für mich, dass es passiert ist für mein Leben, weil ich daraus so viel gelernt habe, so viel, ja, auch, auch, äh, Verhalten und generell so Lebenseinstellungen hat so viel verändert, mein Mindset, äh, viele Sachen, viele Sachen, haben sich dort in meinem Leben verändert, muss ich sagen. Von daher sehe ich es gar nicht schlecht, ich sehe es positiv. Jetzt mittlerweile. Damals, äh, hat es mir sehr nachgehangen. Sehr, 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 sehr. Und leider auch mit meinem Vater und so, wisst ihr ja, die Geschichte wisst ihr ja. Und ich muss sagen, die sympathischsten Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, waren immer die Südamerikaner. Immer die Südamerikaner. Das waren die Besten gewesen. Die waren freundlich, die waren positiv, die waren echt, äh, top gewesen. Äh, glaub mir, ich habe viel, viel daraus gelernt aus dieser Zeit, wirklich. Bis zum nächsten Mal.